Schönen guten Tag! Willkommen zu einem neuen Video. Praktika ist heute oder diese Woche beim Red Bull Romaniacs in Rumänien. Wir sind hier gerade beim Prolo-Off und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Arrivo! Ich glaube entspannte 15 Stunden sind wir gefahren. Jetzt sind wir in Sibio aka Hermannstadt. Jetzt gehen wir direkt mal zur Anmeldung und gucken ob wir uns anmelden können. Hotel Ramada the place to be. Ich hab was vergessen auszufüllen, jetzt muss ich ein bisschen Strafe zahlen. Nein, für einen Charity spenden. Weil ich vergessen habe, hier drei Sachen auszufüllen. Das ist ein bisschen rabyrinth. Überall sind nur ein paar Stationen verteilt und man muss überall hier zustande. Nummer 217. Hier ist ein Magnet drin und dann biepen die das immer ab. So, ab zum GPS. Die Stempel sind noch nicht voll hier auf der Seite. Hier geht weiter die Jagd. Leven hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Mann ey. Wer? Kumpel beim Fahrrad fahren. Wir haben Sonntagabend, ich glaube kurz vor 10, nach noch 15 Stunden Autofahrt mit einem kleinen Schlafstopp sind wir jetzt angemeldet. Trapper Romaniacs. Here we go, Alter. Start Nummer 217. Und jetzt suchen wir unseren Schlafplatz. Also wir schlafen erstmal. Morgen ist der eigentliche Anmeldungstag, aber da können wir erstmal checken. Also. Jetzt ist die Gang wieder zusammen. Kannst du einen Trick machen? Nein, ich habe schon. Ist das dein neues Spiel? Ja. Klar, Mann. Wir kommen zum Prologue. Check Preciei. Check Preciei. Mal check, 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 check Preciei. Della Motocross, Dina Hincha. Ja Manuel. Welcome again to Siviu. Das war ungeplant. Aber ich glaube, ich kann nicht. What do you think about the Prologue? Schönen guten Morgen. Na, sind wir ein bisschen bestaubt hier? Wir haben Dienstagmorgen. 6 Uhr deutscher Zeit. Und gleich fängt der Prolog an. Also quasi um 7 Uhr rumänischer Zeit. 6 Uhr deutscher Zeit geht's los. Und ich darf als 117er starten. Und da wird bestimmt ganz viel Verkehr sein. Also, ganz viel Spaß euch. Oh my God, Austin. Oh my God. 1, 2, 3, 2, 1 So Leute, Prologe ist geschafft, waren circa so ein bisschen über eine Minute, wenn ich glaube ich gefahren. Die Reifen, wo man so wie so ein Waschbrett fahren muss, da bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, aber ich dachte nur Hauptsache Speed halten, war ein bisschen sketch, wie ich darüber gekommen bin. Und in dem letzten Reifen-Segment bin ich in der letzten Kante hängen geblieben, das waren so die zwei kleinen Fehler, aber ich glaube ich bin ganz gut durchgekommen. Das war jetzt Silber-Klasse, die angefangen hat, jetzt folgt Bronze und dann kommt Atom- und Iron-Klasse, also ein paar Zeiten werden noch eingefahren. Ich weiß noch nicht meine Zeit, jetzt geht's erstmal zu chillen oder zu frühstücken. Wie spät haben wir? Acht Uhr oder was? Und dann gucken wir mal die anderen Klassen zu, wie die das machen. Und auf Name, da kommt die Gold-Klasse, also die können es auf jeden Fall. Jawohl, Timo, weiter! Kommt halt! Ja! Oh, da muss ein neuer Reifen drauf! Da muss ein neuer Reifen drauf! Da muss ein neuer Reifen drauf! Ja! Neuer Reifen drauf! Joachim! Jawohl, Gautien! Weiter sooo! Weitersuch! Jawohl! Hörnig! Oh nein! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Gautien! Weiter sooo! Weiter sooo! Weiter sooo! Er hat ihn verloren, aber er hat ihn nicht verloren. Secrets! Secrets! Was passiert jetzt? Boinkie-Style. Boinkie-Moose-Style. Secrets kommen jetzt. Was meinen Sie, wieviel da ich bin? Erster. Nee, das nicht. Aber fünf Sekunden Rückstand, ich bin Achter. Ich habe das System gar nicht erklärt, glaube ich, oder? Prolog. Darf jeder Fahrer einmal fahren. Also von einer Silber-Bronze-Atom-Iron-Klasse. Also quasi alle Klassen außer Gold. Gold fährt nur am Nachmittag. Die sind quasi schon vorqualifiziert. Und alle anderen hatten die Chance, unter den besten 35 zu kommen. Wenn man da drunter ist, darf man am Nachmittag ein Rennen fahren gegen die Gold-Klasse. Wie das Rennen abläuft, weiß ich selber gerade noch nicht so ganz. Aber jetzt sind alle Zeiten durch. Ich bin Achter. Und das heißt, dass ich heute am Nachmittag nochmal die Strecke fahren darf. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Rush dabei, ein bisschen weniger Sketch. Aber ich glaube, das ist wieder ganz gut. Also jetzt kommen wir mal an ein Laptop-Kabel, weil ich habe mein Laptop-Kabel vergessen. Und so ein USB-C-Kabel für die Kameras zum Aufladen, damit ihr die ganze Woche dabei seid. Und so ein Blatt. Und so ein Blatt mit dem Laptop-Kabel. Und so ein Blatt. Und so ein Blatt. Und so ein Blatt. 1,2,3,4 Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Manigiere ist auf 100. Manigiere ist momentan, hier in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020